hier wo ich geboren bin, wo ich bin mir schon sein Kind hey yo, was geht, was geht liebe Leute ihr wisst, jeden Sonntag um 18 Uhr gibt es auf diesem Kanal ein YouTube Video das wird jetzt sehr sehr lange so sein Leute deswegen könnt ihr gerne in euren Erinnerungen auf eurem Handy 18 Uhr sonntags GLC eintragen auf jeden Fall heute Leute gehen wir ins HSV Stadion, ausverkauftes Stadion HSV gegen Kaiserslautern und das geile ist Leute, ich war noch nie in einem Fußballstadion das klingt schon irgendwie traurig, bin ich ehrlich aber ihr wisst ja wie ich auf Fußball spiele, dazu passt das ja eher, dass man da nicht ins Stadion geht wir holen jetzt erstmal den Eibag ab und dann fahren wir nach Hamburg zu Sanjit, essen wir was Entspanntes und dann geht es auch irgendwann los ich habe bis 5 Uhr morgens in Flensburg bei meinem Nebenjob gearbeitet war um 6 Uhr zu Hause, deswegen bin ich erst zu spät wach ich hole mir jetzt irgendwas zu frühstücken du musst 1-2 Sachen erledigen und dann geht es los nach Hamburg guten Tag Alberg guten Tag geht es Ihnen gut? geht es Ihnen gut, wie geht es Ihnen? auch gut ja, Moin ja, Servus hallo hey, muss ich tanken Bruder, ja? und nebenbei noch Bitches antworten, ne? ne? nebenbei noch Bitches antworten, ne? hehehe er hat nicht nein gesagt auf jeden Fall so Brudi dann erzähl mal, was deine Erwartungen und deine... du bist ja noch nie im Stadion gewesen noch nie und dann bist du heute direkt in einem Stadion, wo ich glaube 55.000 ausverkauft 55? ich glaube 55 ich dachte 15.000 15? das ist bescheuert wir sind doch nicht in Kiel, ne? nein, Bruder, was hast du gemacht? lich? nein Bruder, ich dachte 50.000 natürlich Bruder Diggal meine Erwartungen sind sehr weit hoch das einzige traurige ist bis hier 2. Bundesliga aber ich weiß nicht, ob das was ausmacht ob er es... das wird nichts ausmachen, Bruder im Stadion geht es ja um die Stimmung ja, ok ja, ich gehe jetzt nicht Barcelona Real-Madrid das wird den heftigsten Fußball es wird trotzdem ein guter Fußball sein aber die Stimmung wird 1 a sein das haut chillige Fans ich bin echt gespannt einfach das erste Mal Stadion東西 ich war noch nie in meinen 25 Jahren im Stadion was ist echt traurig das ist echt traurig, Digga Jetzt zeige ich euch eine kleine neue Hörprobe, die ich jetzt vor ein, zwei Tagen aufgenommen habe. Ist sie an, ist sie an ein bisschen. Keine Emotionen, auch mein Herz bei dir gepackt, gib mir nur ein Session, ich bin immer für dich da, Brüder ticken immer noch, Kalli 1A. Süß, so verzaubert, verliebt in einen Gauner. Ich kann das auch noch nicht, Leute, ich war ja full, die Huppa 1A, Bruder, bei Gott, ja. Leute, es wird auf jeden Fall immer noch Musik kommen, damit ihr das nicht denkt, keine Musik oder so, Musik wird auf jeden Fall kommen, Digga. Das Spiel startet... 2030. 2030, genau, ich habe gehört, also ich bin ja kein Profi, da ich noch nie da war, weiß ich es nicht, man sollte eine Stunde vorher da sein, ich wusste gar nicht, dass das wie bei Flughafen ist, ich wusste gar nicht, dass man abhebt danach, Digga. Bruder, du musst da drinnen die Atmosphäre ein bisschen genießen, Bruder. Bruder, ich will reingehen, wenn das Spiel startet. Das ist kein Kreisligaspiel, Bruder, dass du einfach nur zum Anpfiff hingehst und dann wieder abhaust, Bruder. So, wir sind jetzt bei den Inder. Oh, was ist das für Klingel, Digga? Ich will nichts kaufen! Ja, es geht, es geht. Ja, wo ist dein Krücken? Die Krücken sind ab. Achso, wir wollten, wir dachten, du hast voll verbannt auf uns so, Bruder. Ja, ich habe gerade abgemacht, wollte nächstes Mal, komm kurz rein. Er hat auf jeden Fall seinen Fuß gebrochen gehabt. Bruder, Bender. Er hat den nicht gebrochen, Mann. Ja, Bender, das ist alles. Ich hoffe, dass ich mir das zu sagen wollte. Und er hat dir so ein Bild reingestickt, komplett verdammt. Deswegen dachte ich, jetzt wird er immer halt abgemacht haben. Das ist schon New Kids, Bruder, ne? Weißt du nicht? Das ist ein New Kid durch Feier, Bruder. Hat doch was für mich. Ab nach Holland und dann New Kids Teil 4 drehen, Bruder. Türkische Version. New Kids. Ne, was wolltest du essen, Bruder? Schweineschnitzel. Ja? Perfekt. Ich habe mit Bacon noch extra. So geröstet, so geröstet über Nase. So auf den Schnitzel und in der Mitte so diese Schinkenplatten. Ja, boah, 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 boah. Scheiß, warum, ich esse nichts mehr. Oh, Digga. Der Arm hat zwar gefreut, Digga. Du meinst, du klärst Essen und so, Bruder. Scheiß, Inder. Ich kann echt so sein, gestern nichts mehr gegessen, Digga. Bruder, was du willst, Digga. Sag schnell, Bruder, aber bitte. Ich bin aus Schweine, Bruder. Sag mal bitte, Bruder. Ich klinge jetzt. Alle Kleine, ne? Ja, alle Kleine. Ja, alle Kleine. Du meinst, du Kamerade. Mach mal so wie die Dings, diese... Schalalalalala. Nur der Hamburg. Nur der Hamburg, Alter. Bruder, bist du... Was? Ey, ich will den blauen. Bruder, ich mach den, Bruder. Ich will den blauen, Digga. Nicht weiß. Bruder, ich hab immer hier... Rechte Hand eingemacht, linke Hand eingemacht. Einen so. Was hast du noch? Fabio. Junge, du sollst Fußball gucken. Ich dachte auf die Bühne. 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 Und dann komplett mit ganzen... Bruder, wenn nicht geht, dann geh ich richtig, Digga. Du bist ready auf jeden Fall, ne? Bruder, ich mach das seit 90 Minuten lang. Ach, ach, ach! Ach, ach nicht. Adam so auf jeden Fall nicht, Bruder. Ach! Rechte Hand um. Linker Hand um. Du willst dir gerne nach vorne stehen, glaube ich. Ey, auf geht's! So, Nervenhahrung und dann geht's gleich los. die überwachungskamera das darf natürlich nicht fehlen fans sind und raja bist du aufgeregt oder ich bin echt aufgeregt ehrlich aber du ich hab richtig bock ich hab richtig richtig bock guck mal jetzt wie er mit mir singt du hast keinen reichen vater der dir was ausgibt was ist dein aussicht wir sind die hamburgers wir sind die hamburgers keine cheeseburger wir sind schwarz weiß blau wir sind schwarz weiß blau wir sind die hamburgers aufgeteilt aufgeteilt hurra hurra die hamburgers sind da das kann man bei jedem machen hurra hurra tequila sind da die hsv wenn sie dieses video sehen ach so ich liebe euch nur da schau lauf forrest lauf wir haben es geschafft leute sag mal wie wir das geschafft haben sag mal wie wir geklärt haben ja sag dir erklär mal oder schon echt dreckig eingucken müssen wir weiterfahren schöne grüße an wie hieß er nochmal ja wie hieß er leo oppermann 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 ich danke dir wer du auch bist ich hab den noch nie gesehen wenn du das siehst leo oppermann dann schickt ihm das auf instagram ein riesen dankeschön dankeschön ja mein auto steht sehr sicher ich bin ehrlich wir werden echt zu spät gekommen aufgrund der das ist zu spät er ist woanders alle alle die die das das der bin ganz ganz Ein Ball! Ein Ball! Ein Ball! Ein Ball! Wuskowitsch! Weiter! Ein Ball! Ein Ball! Ein Ball! Ein Ball! Schöne Grüße an Leon Oppermann! Die Atmosphäre ist ja echt besser als auf der Zone. Ich kenne wirklich bis jetzt nur Fußballspiele vom Fernsehen, Leute. Das ist geil. Echt gut? Ich glaube, ab jetzt werde ich öfter ins Stadion gehen. Das ist mein Mann, Ding! Ein bisschen Assauer, meine Klasse. Ja! 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 Das sind die Falschen, Junge! HSV! 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 Fußball verbindet, Digga. Egal wo du herkommst. Da verbindet. Baba! Passt, Bruder, passt! Schlaff! Oder wir sehen, dann spielt euch Baba. AV führt 1-5. Stimmung ist 1-5. Ausländiseuhr, Baba. Ey! Was passiert denn? Ey! Klatsch Klatsch! Hey! Viele sind an, Bruder! Hast du schon mal so viel Licht gesehen? Ne, im kopf. Ob jene! Und jetzt! Ich dachte, was passiert jetzt? Wir waren alle aufgestanden. Das passiert ja gar nicht. Ich dachte nicht, was passiert, Bruder. 57.000 sind ausverbrauchtet aus dem Stadion. Sind wir auf Kameras? Ja, ihr seid live. Live, sind wir live? Ja. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben hier Radio Sing das erste Mal im Stadion bei uns. Hi. Ich würde gerne mal fragen, wie ist so das Erlebnis zum ersten Mal? Also ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich sehr begeistert auf jeden Fall von der Stimmung hier im Stadion. Ich bin, glaube ich, noch nicht so was zu sehen erlebt. Ich komme wieder gerne auf die Rechte. Ich bin das nochmal überprüft. Gleich ist die 83. Ich habe es gesagt. 83. Was ist das Tor? 1-4! 1-4! Rechts unten. Oh mein Gott! Bruder, was ist los? 1-1, Leute! Er pfeift ab mit einem Konter. 1-1, Leute! Scheiße, Mann! Eigentlich hat sie das Spiel nicht gehabt. Safe! 1-1 der Spielstand auf jeden Fall. Ein super geiles Erlebnis. Danke auf jeden Fall, Jungs. Ohne euch wäre ich hier niemals hergekommen. Ich bin ehrlich. Muss man erlebt haben, sowas. Aber echt diese Stimmung und auch von den Gegner der Mannschaft, die Stimmung. Die war heftig drauf. Endstufe, wirklich. Also sehr, sehr geil, Digga. Das war es auf jeden Fall mit dem Baba-Vlog. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder, weil jeden Sonntag kommt um 18 Uhr auf den GLC-Kanal ein neues Video. Könnt ihr übrigens noch mal sagen, wer die letzte Challenge gewonnen hat? Nö. Schlagt mal Spiele vor oder Stadien vor, wo man noch in Deutschland vielleicht hin kann, Digga. Ja, Mann. Die Stimmung richtig Baba auf. Schreibt mal was du sagst. Heute war die Stimmung echt krass. Also für mein allererste Stadion, für mein erstes Mal, genau. Ich wollte heute einen Jumpf ab, aber geistkrank einen Jumpf. Ich habe alles, Ben, Bock. Ich habe alles bekommen. Stimmung, dies, das. Ich habe echt alles bekommen. Tor, gegen Tor, verschossen, Elfmeter. Aber ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Erklär mal, wie ist das Tor passiert? Ey, lass... Abschied, Abschied musst du das machen. Noch am Ende, Leute, das erste Tor von HSV, ne? Ich habe gerade auf dem Handy geguckt, wo einmal passiert Tor, Digga. Und dann habe ich alle jubelt, ich habe mitgejubelt. Ich schwöre auch genau so, Bruder.